Hey Leute und herzlich Willkommen zu Lush Advent Kalender Tür Nummer 21. Das ist hier in der Ecke drin und hier haben wir Dream Cream Hand und Body Lotion. Besänftige deine Haut und schicke sie in ruhige Träume mit Kamille-Blauöl und Lavendelöl. Kamille-Blauöl, das kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Steht das schon immer da? Weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es immer erhältlich. Es ist einer der besten Hautcreme, die Lush auf jeden Fall anbietet. Wenn du extremen Ausschlag oder sogar Neurodermitis hast, ist Dream Cream die beste und natürlichste Lösung dagegen zu wirken. Es riecht wirklich sehr angenehm nach Kamille, wie so ein leichter Kamillentee, nur etwas süßlich. Ich finde sie einfach die beste Hautcreme. Ich habe sie echt gerne, gerade in solchen Fällen, wenn man starken Hautausschlag hat. So, das war Türchen Nummer 21 und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten. Tschüss!